Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzeit für euch und willkommen zu meiner heiß erwarteten Review von Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das so stark hört, aber ich bin ziemlich erkältet und deswegen entschuldigt, wenn meine fast eunuchenhafte, schöne Singstimme nicht den normalen, melodischen Klang hat, den sie sonst hat. Aber ich möchte euch natürlich trotzdem in bester Manier meine Review präsentieren. Mimimimi Ich werde jetzt erstmal spoilerfrei über den Film reden und euch meine Meinung zu dem Film sagen und danach werde ich dann nochmal darauf hinweisen, wann die Spoiler wirklich losgehen, denn es gibt ein paar Punkte, über die ich nur reden kann mit Spoilern. Ich möchte eigentlich direkt mit der Tür ins Haus fallen und sagen, J.J. did it. Es ist ein verdammt guter Star Wars Film. Es war ein wirklich, wirklich heikles Thema, es hätte so viel schief gehen können, aber es ist trotzdem ein guter Star Wars Film geworden. Auch wenn er nicht perfekt ist, aber er ist trotzdem ein sehr guter Star Wars Film. Auf jeden Fall ist er besser als so ziemlich alles, was in der neuen Trilogie passiert ist. Episode 7 hat das Feeling der alten Teile. Gott sei Dank hat er das Feeling der alten Teile. Es gibt keine verfickten Midichlorianer. Es gibt sie einfach nicht. Endlich ist die Macht wieder ein mystisches Feld, etwas fast magisches, etwas religiöses und keine verfickten Mikroorganismen. Es ist so gut, dass die Macht in dem Film wieder den alten Stellenwert zurückbekommen hat, den es in der alten Trilogie hatte und welcher durch die neue Trilogie komplett zerstört wurde. Man merkt wirklich, dass J.J. verstanden hat, was die alte Trilogie so gut gemacht hat bei den Fans und was die neue Trilogie so scheiße für die meisten Fans gemacht hat. Das mag wahrscheinlich daran liegen, dass J.J. Abrams selbst ein riesengroßer Star Wars Fan ist. Und was lernen wir daraus? Wenn die eigenen Fans einen Film machen für die Fans, dann kann es nur gut werden. In 15 Jahren sollte ich einen eigenen One-Piece-Film machen. Die alte Star Wars Trilogie, so sehr sie auch von allen Fans geliebt wird, ist natürlich verdammt gut, aber trotzdem ist sie nicht mehr ganz zeitgemäß. Es ist halt viel trotzdem ein bisschen altbacken, ein bisschen langarmig. Die alten Star Wars Filme sind nun mal Schinken. Ich habe Schinken gesagt. Und gerade deswegen ist positiv hervorzuheben, dass der neue Film wirklich das Feeling der alten Teile hat, aber trotzdem noch zeitgemäße Aktualisierungen, sage ich jetzt mal, mit sich bringt. Die Flugmanöver des Millennium Falcon zum Beispiel sind sehr gut gemacht. Und es ist halt nicht einfach wie in den alten Filmen so, dass da ein Raumschiff ist, das von Punkt A nach Punkt B fliegt. Nein, hier werden wirklich interessante Stunts geflogen, die so in den alten Filmen gar nicht möglich gewesen wären, die sich aber trotzdem gut in das Gesamtbild einfügen. Etwa so. Was mir in der Episode 7 auch sehr gut gefallen hat, sind die Lichtschwertkämpfe. Diese sind nämlich nicht mehr durchchoreografierte Tänze mit Stöcken, wo sich die Leute irgendwie fünfmal über ihre eigene Achse drehen, wie ein Beyblade. Und dann ihr Laserschwert in unfassbaren Bahnen um sich schwingen und weiß ich nicht was. Nein, hier sind die Lichtschwertkämpfe wirklich so in Szene gesetzt, wie ein echter Schwertkampf auch wäre. Das ist alles ein bisschen gröber, alles ein bisschen härter. Nicht so ganz krass übertrieben und so weiter. Und das gefällt mir richtig, richtig gut, denn das ist wirklich mehr wie in der alten Trilogie und macht auch auf mich einfach einen viel geileren Eindruck. Weil wenn du die ganze Zeit irgendwelche Jedis hast, wie zum Beispiel in Episode 2, wo du eine ganze Arena voll mit Jedi hast, die alle mit ihrem Glimmstängeln herumstehen, dann ist das irgendwann so ein bisschen inflationär und ein Lichtschwertkampf selbst oder nur ein Lichtschwert im Film zu sehen, ist dann nichts Besonderes mehr. Aber hier bleibt das Lichtschwert was Besonderes. Eine weitere Neuerung ist, dass der Film überraschend lustig ist. Das hätte man so gar nicht erwartet. Es gab zwar auch in den vorigen Star Wars Teilen hin und da mal einen kleinen Witz, aber es war nicht so, dass man alle 10, 15 Minuten mal wirklich gelacht hat. Bei Episode 7 war das wirklich anders. Es gibt hier und da immer mal wieder ein paar One-Liner, nette Gags und so. Ich glaube, da merkt man einfach ganz stark den Einfluss von Disney und den Marvel-Filmen jetzt, wo es ja ein ähnliches Konzept gibt, wo einfach nur trockene One-Liner rausgehauen werden, die dann lustig sind. Und man könnte jetzt die Angst haben, dass das ganze Geschehen weniger episch ist oder ein bisschen den Ernst verliert und schon fast lächerlich wirkt. Aber das ist hier nicht der Fall. Meiner Meinung nach haben sich die Gags wirklich sehr gut in das Gesamtbild eingefügt und das ist wirklich eine sehr gute Neuerung. Eine weitere Neuerung und wie vorher schon abzusehen war, beziehungsweise bekannt war, ist natürlich, dass der alte Star Wars Cast durch einen neuen Cast ausgewechselt wird, Stück für Stück in dem Film. Und da hätte wirklich eine Menge schief gehen können. Die hätten das wirklich so richtig in die Banter-Scheiße reiten können, ja. Aber es ist wirklich gut zu sehen oder beruhigend, dass sie das nicht gemacht haben. Sie haben es hinbekommen. Alle neuen Charaktere sind gut, sind liebenswert. Da ist keiner dabei, der irgendwie aus der Rolle fällt. Sowohl Rey, als auch Finn, als auch Kylo, als auch Poe, alle sind gut. Wobei man sagen muss, dass Poe ein bisschen wenig Screentime im Vergleich zu den anderen dreien hatte. Aber das wird sich ja vielleicht in den kommenden Filmen noch ändern, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist eine Sache sehr beruhigend. Es gibt keinen verfickten Jar Jar Binks Spaß-Töten-Charakter. Gott sei Dank! Ja! Was mir bei den Charakteren selbst auch sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass die Charaktere einfach sehr viel erdgebundener sind, sag ich mal. Wenn man sich mal überlegt, was in Episode 4 passiert ist, dann sollte einem auffallen, dass Luke sein gesamtes Leben mit seiner Tante und mit seinem Onkel verbringt. Und die werden vom Imperium abgeschlachtet, überraschenderweise für ihn. Und dann zieht er mit einem alten Mann los, der ihm irgendwas von einer mystischen Macht erzählt und hinterfragt nie wieder oder thematisiert auch nie wieder in den Star-Wars-Filmen den Tod seiner Tante und seinem Onkel, die ihn großgezogen haben. Wisst ihr, das sind schon so Sachen, wo man objektiv sein muss und sagen muss, Star Wars, das wäre besser gegangen, auch wenn du die originale Trilogie bist. Und genau das macht Episode 7 nämlich besser. Denn Episode 7 zeigt die Charaktere wirklich, wie sie am Zweifeln sind, wie sie am Überlegen sind, wie sie reflektieren, was sie tun und was um sie herum passiert. Das ist in der alten Trilogie eigentlich nicht so der Fall gewesen. Man merkt wirklich, dass Finn innerlich zerrissen ist, genauso wie Kylo. Und das ist echt gut. Besonders Kylo Ren ist der etwas andere Star-Wars-Bösewicht. So einen Villain gab es in dem Star-Wars-Franchise bisher überhaupt noch gar nicht. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil er ist wirklich anders als die anderen. Und er zeigt eine Seite der dunklen Seite. Die es so vorher noch nicht im Kino zu sehen gab. Und das ist wirklich sehr interessant. Bevor ich zu meiner richtigen Wertung komme, muss ich sagen, ich habe jetzt schon, obwohl ich versucht habe, vom Internet Fan zu bleiben, schon viele Reaktionen gelesen von Leuten, die gesagt haben, Was für eine Scheiße! Schlechtes Dachfilm ever! Ich wurde schon wieder betrogen! Das war so ein Scheiß! Ich gehe da hin und kack den auf den Tisch! Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, Leute, was habt ihr denn erwartet? Was habt ihr erwartet? Es ist natürlich überall ein extrem großer Hype zu dem Film generiert worden. Aber trotzdem, Leute, ist das nur ein Film? Es ist ein Film! Natürlich bin ich ein Typ, der sich auch tierisch über solche Sachen aufregt oder darauf abgeht. Aber schlussendlich ist es nur ein Film. Was erwartet ihr denn von diesem Film? Was soll der Film denn mit euch machen? Soll er eure gesamte Welt auf den Kopf stellen? Euer Fundament, auf dem eure Realität aufbaut oder was? Hat der Film nicht gemacht. Und jetzt seid ihr angepisst, weil ihr während des Guckens nicht multiple Orgasmen hattet und auf einmal als reiches Supermodel aus dem Film rausgekommen seid oder was? Leute, lasst die Kantine mal auf Tatooine, ja? Ich meine, wenn der Film so eine extrem absurd hohe Erwartungshaltung hat, dann kann er einen selbst natürlich nur irgendwie irgendwo enttäuschen. Betrachtet den Film nochmal nüchtern, dann werdet ihr auch sehen, dass es ein guter Star-Wars-Film ist und eben nicht die Antwort auf all eure Probleme in eurem Leben. Und gerade wenn man sagt, ich fand Star-Wars Episode 7 scheiße, mir gefällt aber die alte Trilogie so gut und das war ja gar nicht so wie vorher, dann haben wir beide noch ein ernstes Wörtchen zu reden nachher im Spoiler-Bereich. Ohne jetzt irgendwas zu spoilern, kann ich wirklich nicht weiter mehr ins Detail bei dem Film gehen. Denn gerade bei Star-Wars sind ja alle Leute wirklich hypersensibel, was Spoiler angeht und deswegen möchte ich das an dieser Stelle auch einfach nicht tun. Deswegen jetzt schon für euch meine Zusammenfassung. Es war wirklich ein extrem, extrem schmaler Grat. Es hätte so viel schief gehen können. Es hätte so in die Grütze gehen können. Aber Gott sei Dank ist das nicht passiert. Episode 7 ist ein sehr, sehr, sehr guter Star-Wars-Film. Er ist nicht perfekt, darauf gehe ich gleich noch in der Spoiler-Sektion ein, aber trotzdem ist es ein guter Star-Wars-Film. Und mit diesem Star-Wars-Film wird das Feeling der alten Teile einfach wieder aufgelebt. Und das ist das, was sich alle gewünscht haben. Nach diesem halb vergorenen Albtraum, der ja die neue Trilogie war. Und es ist einfach für mich so befriedigend zu sehen, dass Star-Wars bei Disney anscheinend in guten Händen ist. Ich habe das gestern mit meinen Freunden bemerkt, als wir im Kino standen und darauf gewagt haben, dass wir uns in den Saal begeben können. Um uns herum waren überall kleine Kinder. Und ein Freund von mir hat gesagt, die Stöpsel, die hier rumlaufen, die waren noch nicht mal geboren, als der letzte Star-Wars-Film rauskam. Und das ist ganz richtig, das ist tatsächlich so. Das zeigt, dass eine neue Generation von Star-Wars-Fans jetzt gerade geboren wird. Mit diesem Film wird eine neue Generation von Star-Wars-Fans geboren. Und das ist, weiß ich nicht, für mich ist das irgendwie so ein schönes Gefühl. Weil es war jahrelang immer so, dass ich natürlich auch nicht 40, 50 bin und die originalen Star-Wars-Filme nicht im Kino damals gesehen habe. Und ich war die nächste Generation eines Star-Wars-Fans. Und jetzt ist wieder ein Generationenwechsel, ich gehöre zum alten Eisen. Und jetzt kommen wieder neue nach. Das tut jetzt für die Qualität des Films eigentlich auch überhaupt nichts zur Sache. Das ist komplett scheißegal. Aber ich finde das irgendwie schön. Ich wollte das erwähnt haben. Also, solltet ihr euch Star-Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, angucken im Kino? Gegenfrage. Stellt sich diese Frage überhaupt? Ich meine ganz ehrlich, welcher normale Mensch rennt denn jetzt zu dieser Zeit nicht ins Kino und guckt sich Episode 7 an? Gut, vielleicht die Leute, die wirklich absolut nichts mit Science-Fiction und so weiter anfangen können. Aber jeder andere Mensch tut das doch. Der Hype ist so unfassbar groß, das Merchandising explodiert, die Marketingmaschinerie schwebt über unseren Köpfen, was mir schon ziemlich auf den Sack geht und schon too much für meinen Geschmack ist. Aber das ist ein komplett anderes Thema. Natürlich werdet ihr in den Film gehen. Das ist komplett irrelevant, was ich euch jetzt hier gerade erzählt habe oder noch erzählen werde. Ihr geht alle in den Film. Deswegen muss ich das eigentlich nicht sagen. Aber hey, ich kann euch trotzdem jetzt mitteilen, dass ihr mit gutem Gewissen ins Kino gehen werdet. Denn es ist einfach ein guter Star-Wars-Film. Ansehen? Auf jeden Fall! Also, der Film ist natürlich sehr gut. Aber er ist nicht perfekt. Und warum der Film nicht perfekt ist, darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen in dem Spoiler-Bereich. Spoiler! Ich will ja nicht sagen, ihr habt es euch gesagt. Aber scheiße noch eins, ich habe es euch gesagt. Natürlich hat jetzt nicht alles gestimmt, was ich erzählt habe in meinem vorigen Video. Aber ich denke, so 60 bis 70 Prozent kommen schon hin. Und ich denke, das ist eine relativ gute Quote. Ihr könnt euch ja mal spaßeshalber das Video nochmal angucken. Und mal gucken oder abgleichen, jetzt wo ihr den Film gesehen habt, womit ich wirklich recht hatte und wo ich komplett daneben lag. Ich war ja schon lange davon überzeugt und habe ja auch recht behalten, dass Han Solo in Episode 7 stirbt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, der Tod war für mich irgendwie nicht episch genug, nicht bedeutungsvoll genug, nicht emotional genug. Klar, es gab einen roten Faden, emotional gesehen, warum, wie er stirbt, dass Kaido als sein Sohn ihn halt umbringt, weil er hin und her gerissen ist und so weiter. Und er wirklich denkt, er ist kurz davor, seinen Sohn wieder zu bekehren und ihn wieder auf die helle Seite zu ziehen, nur um dann von ihm abgestochen zu werden. Das war schon gemein. Aber was hat das gebracht? Sein Tod war so sinnlos. Und wisst ihr, Han ist einfach tot. Und dann muss man sich jetzt wieder fragen, ist das nicht aber vielleicht gerade das gut? Ich meine, wenn ein Mensch ermordet wird, dann ist das in der Regel nun mal sinnlos. Das ist ja eigentlich nichts Gutes, Tolles oder was auch immer. Wenn Menschen sterben, ist es immer scheiße und Tod kommt einem erstmal immer sehr sinnlos vor. Und vielleicht ist ja auch genau das, was den Tod von Han wiederum wieder gut macht, weil er ist in seiner Form so sinnlos und so gemein, wie es vielleicht im echten Leben auch wirklich wäre. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite wünsche ich mir, dass es irgendwie einen größeren Impact gehabt hätte im Film. Auf der anderen Seite sage ich mir, eigentlich ist ja gerade diese Randomhaftigkeit genau das, was den Tod echt macht. Ich selber kann mir da noch gar keinen richtigen Reim darauf machen. Ich fand den Endkampf zwischen Kylo Ren und Finn nicht episch genug. Ja, der Schwertkampf an sich, wie sie gekämpft haben und wie das an sich dargestellt war, das fand ich geil. Das habe ich ja schon gesagt, weil es wirklich mehr realistischer Schwertkampf ist von den Bewegungen her und so weiter. Aber wisst ihr, man ist es gewohnt von Star Wars, dass solche finalen Lichtschwertkämpfe eigentlich total bombastisch, episch in Szene gesetzt werden. Es ist ja jetzt nicht alles schlecht an der neuen Trilogie. Der Endkampf zwischen Anakin und Obi-Wan war mit seiner Musik ja total krass. Und auch der Kampf gegen Darth Maul in Episode 1 war mit der Musik einfach extrem geil gemacht. Und man wurde von dem Orchester und von den Choren oder Chören, ich weiß gar nicht, was die Meister gerade ist, in den Kinosessel gedrückt mit einer geilen Soundanlage. Und gerade dieses epische Gefühl, das habe ich so ein bisschen vermisst. Obwohl John Williams, der Mann, der auch für alle anderen Star Wars Teile den Soundtrack gemacht hat, auch wieder bei Episode 7 den Soundtrack gemacht hat, muss ich sagen, war das irgendwie nicht so auf dem Niveau von seinen vorigen Teilen. Vorher hat er bessere Arbeit geleistet. Ich finde einfach, er hat sich zu sehr an der alten Musik der Teile bedient. Das ist ja nichts Schlechtes. Oh mein Gott, auf jeden Fall muss alte Musik von den alten Teilen da drin sein. Auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich hätte es geiler gefunden, wenn er ein bisschen mehr was Eigenes gemacht hätte. Denn das ist ein Generationswechsel und mit diesem Generationswechsel kann hier und da auch ein anderer Ton angeschlagen werden. Ha ha ha, meine Wortwitze sind der Hammer! Ich hätte mir bei dem Endkampf einfach ein bisschen mehr hiervon gewünscht. Wisst ihr, sowas trägt halt unfassbar zur Stimmung und zum Feeling des Films bei, weil die Musik einen natürlich total mitreißt. Und das hat für mich einfach so ein bisschen gefehlt leider. Aber vielleicht kommt ja diese Kritik auch von anderen Fans und eventuell machen sie das dann ja bei Episode 8 ein bisschen anders. Was meiner Meinung nach auch komplett enttäuschend und daneben war, war einfach der Grand Leader Snoke, oder Snoke, Großanführer Snoke haben sie ihn, glaube ich, im Deutschen genannt. Was war das denn bitte? So ein Imperator 2.0, der überhaupt nicht mysteriös ist in keiner Art und Weise. Da sitzt er einfach so ein halber Riese, der kommandiert Leute rum. Ja, das ist halt echt ziemlich lame. So gut wie Kylo Ren auch wirklich als Gegner war in dem Film, war Snoke dahingehend eine komplette Enttäuschung. Also wenn sie da bei ihm nicht noch irgendwie in Episode 8 oder Episode 9 dann irgendeinen Plottwist machen, dann ist das ein totaler Einfall. Mein Bruder hatte die Idee, dass eventuell ja Snoke, wenn man ihn dann echt sieht, denn in dem Film war er ja die ganze Zeit nur ein Hologramm, dass er ja eigentlich total klein ist, so wie Yoda oder so. Das wäre schon wieder ganz witzig und das wäre auf jeden Fall so ein WTF-Moment. Aber das wäre halt eher so ein Gag und nicht wirklich ein epischer Plotztwist. Ich weiß es nicht, aber irgendwie müssen sie da noch was machen. Vielleicht ist er, der der da gesessen hat, eigentlich auch gar nicht der eigentliche Snoke, sondern er ist nur so eine Art Dubel oder so eine Art Vogelscheuche, um halt von dem Eigentlichen abzulenken. Kann ja sein. Aber das werden wir wohl erst später sehen. Ich finde auf jeden Fall, dass der große, große Snoke eher wirkt, als würde er in eine Herr der Ringe reinpassen, anstelle von Star Wars. Fii, fai, fo, fam, euer Franchise wird von mir verdammt. Es ist auch immer noch nicht ganz geklärt, wie die Beziehung von Kylo zu ihm ist. Es wurde jetzt zwar gesagt im Film, wie auch von mir vermutet oder von mir auch gesagt vorher schon, dass sie ja keine Sith sind, sondern dass sie die Knights of Ren sind. Aber wir haben über diese Knights of Ren selbst mal überhaupt gar nichts erfahren. So, wirklich. Außer, dass sie die dunkle Seite der Macht benutzen. Ich denke aber auch mal natürlich, dass das dann in Episode 8 und 9 dann mehr kommen wird, weil sie können ja nicht alles in einem Film rausballern. Aber ein Freund von mir hatte den lustigen Vergleich aufgestellt, dass Adam Driver oder beziehungsweise Kylo Ren, als er dann die Maske abgenommen hat, voll der hässliche Mongo ist und er ihn mehr an Professor Snape von Harry Potter erinnert, als an irgendwen anders. Da hat er auch nicht ganz Unrecht. Ich sehe das ähnlich. Aber wenn man sich anguckt, was für ein Konflikt der gute Kylo Ren hat und was für emotionale Probleme er hat, dann ist das ja auch schon irgendwo relativ ähnlich oder vergleichbar mit denen, die auch sogar tatsächlich Professor Snape hat bei Harry Potter. Und ist es da nicht vielleicht sogar richtig, einen Schauspieler zu casten, der Snape ähnlich sieht, weil er mit seinem Aussehen ein ähnliches Feeling für die Situation rüberbringt? Ist jetzt eine Interpretationsfrage. Also ich finde, es ist so. Ich finde es eigentlich gesagt gar nicht schlimm, weil ich wusste vorher natürlich, wie der aussieht, weil ich einfach mal gegoogelt habe, wer denn Adam Driver ist. Ja, sowas kann man machen tatsächlich. Und ich wusste halt, wie der Typ aussieht. Aber gut, dass man, wenn man das vorher nicht wusste, dann auf einmal diesen Menschen sieht und dann vielleicht so ein bisschen irritiert ist, das kann ich verstehen. Ja, doch. Ich habe das vorhin, als ich über den Hype gesprochen habe und über die lächerlich hohe Erwartungshaltung schon angedeutet. Die Handlung des Films. Ganz ehrlich, Leute. Wenn ihr mir jetzt sagt, ihr fandet Episode 7 scheiße und ihr findet aber die originale Trilogie so hammergeil, dann frage ich euch ganz ernsthaft, ob ihr komplett bescheuert seid. Ist euch gar nicht aufgefallen, dass Episode 7 1 zu 1 fasst, derselbe Plot ist wie von Episode 4? Es ist derselbe Film. Es ist derselbe Film. Ich mache das jetzt in meinem Schnelldurchlauf. Erste Szene. Man sieht eine Versammlung von Charakteren, die irgendwas Geheimes haben. Auf einmal kommt das Imperium reingestürmt. Mit Sturmtruppen ballern alle Leute über den Haufen und auf einmal kommt ein großer, dunkler, schwarzer Mann, der total bedrohlich ist und der einen Helden gefangen nimmt. Hm. Der besagte Charakter wird dann von jemandem in einer Sturmtruppenuniform gerettet und sie fliehen von der Basis des Feindes. Auf einem Wüstenplaneten haben wir einen Charakter, der angehüdet von seinem Leben ist und sehr isoliert irgendwo lebt. Nachdem dieser Charakter einen Astromech-Droiden gefunden hat, der eine geheime Botschaft hat, macht sie sich auf eine Reise, um diese Botschaft auszuliefern. Auf dieser Reise trifft sie einen alten Veteranen aus vergangenen Tagen, der total berühmt ist und der ein Kriegsheld war. Dieser ist dann den gesamten Film über eine Art Bezugsperson für die neue Generation und leitet sie durch den Film. Gegen Ende des Films stirbt dann diese coole alte Bezugsperson vor den Augen der neuen Generation, hinterlässt Trauer und die große Basis des Feindes, der, ähm, nicht Todesstern, wird dann von den X-Wing-Fightern zerstört. Und, Leute, es ist ein und derselbe Film. Wenn ihr jetzt sagt, dieser Film war scheiße, dann stelle ich ernsthaft in Frage, was ihr dann an den alten Star-Wars-Filmen gut findet. Denn es ist dasselbe. Es ist dasselbe. Und deswegen ist es auch gut. In dem Drang, das Feeling der alten Teile wiederherzustellen, hat man sich so darauf versteift, dass man einfach die Story von Episode 4 recycelt hat und ein bisschen anders aufgezählt hat. Aber im Prinzip hat man wirklich eins zu eins dieselbe Story erzählt. Ist jetzt natürlich die Frage, ob man sagt, das finde ich gut oder das finde ich scheiße. Da gibt es dann nämlich zwei Extreme. Entweder man sagt, äh, der Film, der war ja genau dasselbe, da war ja absolut nichts Neues, ist ja voll scheiße. Oder man sagt, der Film, der war komplett anders als die vorigen Teile, das ist ja gar nicht mehr das, was ich kannte, das ist ja auch total scheiße. Man kann es nie allen Leuten recht machen. Anderes Beispiel. Ein neues The Legend of Zelda kommt raus. Was mache ich in diesem Spiel? Ich bin Link, ein Junge, gekleidet in dem Grünen der Wiesen. Ich kämpfe mich durch verschiedene Tempel, wahrscheinlich durch einen Waldtempel, durch einen Feuertempel, durch einen Wassertempel und dann noch ein paar andere. Und am Ende kämpfe ich gegen den Großmeister des bösen Ganondorf und rette die Prinzessin. Das passiert in dem Großteil dieser Zelda-Spiele. Das ist auch das, was ich immer wieder haben möchte, nur halt anders. Ist das jetzt also wirklich schlecht, dass sie bei Episode 7 einfach die Story von Episode 4 recycelt haben? Meiner Meinung nach nicht. Solange sie es jetzt nicht bei Episode 8 und 9 wieder genauso machen, ist das vollkommen in Ordnung. Alles in allem kann ich einfach nur sagen, ich bin wirklich sehr optimistisch für die kommenden Star-Wars-Filme. Nächstes Jahr kommt dann erstmal Star Wars Rogue One. Das ist ja dieser Zwischenteil, der zwischen Episode 4 und Episode 5 spielt, wo es darum geht, die Pläne des Todessterns zu erbeuten. Und laut Disney soll das wirklich eine andere Art von Star-Wars-Film werden. Also sie möchten angeblich einen Film machen wie Ocean's Eleven, nur halt im Star-Wars-Universum. Und ich persönlich finde, das klingt ziemlich geil. Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch für die kommenden Filme, für Episode 8 und 9 und den Han Solo-Film und so weiter und so fort. Das kann eigentlich nur gut werden. Ich denke, das Franchise ist bei Disney in guten Händen. Und ich persönlich bin beruhigt. Zum Abschluss bleibt mir jetzt wieder nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und natürlich, mich interessiert eure Meinung. Was haltet ihr von dem Film? Wart ihr enttäuscht? Hat der Film eure Erwartungen erfüllt? Wart ihr angepisst, dass ich euch vorher gespoilert habe, obwohl ich euch gewarnt habe? Was haltet ihr von dem Film? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich freue mich sehr darauf, mit euch darüber zu diskutieren. Und bis zum nächsten Mal sage ich, möge die Macht mit euch sein. Spoiler für Episode 8! Jar Jar Binks ist tatsächlich ein Bitter-Sif-Lord und der Anführer der First Order und die wahre Identität von großen Anführer Snoke. Das war natürlich nur ein Scherz. Keine Sorge. Nein, das war ein Witz. Keine Panik. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, dass, wenn euch mein Video gefallen hat, ihr mich dann auch abonnieren würdet. Oder ihr vielleicht sogar mein Video teilen würdet und es weiterschicken würdet. Denn das hilft mir bei meinem Rise to Internet Domination. Außerdem habe ich ja auch noch viele andere interessante Videos, die ihr euch eventuell auch nochmal angucken könntet. Zum Beispiel meine Review von Die Tribute von Panem Mockingjay Part 2. Oder auch, wenn ihr euch den Spaß machen möchtet, dann guckt euch doch einfach nochmal mein Theorie-Video zu Episode 7 an und gleicht mal ab, womit ich recht hatte und wo ich totalen Bullshit erzählt habe. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und bis dahin sage ich Haunse Baunse!